Hey Roman, wir haben etwas Kleines vorbereitet für unseren besten Botschafter, für das Yulala. Die ganze Crew danken dir vielmals, dass du unser Botschafter bist. Wir haben ein kleines Dankeschön vorbereitet. Lasst dich überraschen. Hallo Roman, wir haben uns bedanken für deine Nachricht und haben uns avancieren mit der Nachricht bei uns. Wir wünschen dir ganz viel Glück in der Saison einen guten Rutsch. Hey Roman! Hey Roman, danke! Hey Roman!